La la la, la la la, FC Köln, ob Rio oder Wien, läppisch irgendwas kenn ich nicht. Überall auf der Welt, je mit Fans vom FC Köln, la 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 la, läppisch irgendwas im Sack. Wir kommen zurück zur FIFA 16. Die Bayern 16-17 Karriere. Ganz vergessen heute mal Renato Sanchez wieder ins Mittelfeld zu machen, ist aber egal. Wir spielen heute gegen den 1. FC Köln, Topbesetzung, Freitrabenspiel und was für ein schlechter Einwurf war das dann von Ian Robben. Der wollte da wohl den, ja, keine Ahnung, den unsichtbaren irgendwas treffen. Wir haben hier Thiago und ernsthaft, der bis den Körpereinsatz pfeift da ab. Das ist ein Witz, das ist ein absoluter Witz. Witz in Kurz. Ah, Topal. Ne, Topal, kennt er, ist der Bruder vom Aral. Ne, also Topal, ne, ganz klar. Vidal. Costa. Ala war oben mit, das ist egal, das ist ein Superpass nach unten gelegt. Leberdowski und Torn und, oh, und es gibt Offensiv Hall. Aber das war eine Chance, war ich zum Anfang. Spiel den Kurs, spiel den Kurs, spiel den Kurs, wieder ein Pimmel, so. Zack. Müller, Thomas Müller aus der Distanz und wieder Timo Horn. Ja, der Müller kann es außer Distanz, man glaubt es kaum. Und da kommt die Ecke von Douglas Costa und da ist aber Sörensen und klärt das Ding. Das Ding bringt mal flach. Douglas Costa, zack! Und wieder Timo Horn. Und Einwurf für Köln. Grüß den Kurs, Topal, Sörensen, Gerhards, Schröder, Modest, Zollerstock, Alava. Oh, haben wir ihn ausgetanzt. Costa, 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 Majostra, Douglas Costa, abgefilcht, Decke. Und Douglas Costa bringt die Ecke auf Lewandowski und wieder Timo Horn. Costa mit der nächsten Ecke. Super, nein, lass doch den Vollrückzieher Lewandowski. Meine Güte, was gehst du da hin, Vidal? Du Egomane. Ah, da kommt der kickende Spieler Neuer. Und hat nach vorne das Ding. Was kommt da noch an? Aber so nett. Zoller. Lahm. Costa. Costa! Oh, Douglas Costa! Oh, das waren zu viele. Aber weiter noch Abball. Vidal. Lewandowski und wieder Timo Horn. Costa mit der nächsten Ecke. Und wieder da. Alava. Alava mit der Flanke. Die bleibt im Spiel. Und ist aber bei den Kölnern. Topal. Heinz. Ketchup. Die sind kurz. Gegen Robben. Gerhard. Modest. Na. Jetzt pfeift er das auch noch. Das ist ja wohl ein absoluter Wiez. Reicht das für den Nix. Oder doch? Zoller. Jawohl. Robben. Meine Güte. Hummels. Hummels. Und nochmal Hummels. Er ist den Ball gewonnen und dann auf Costa weitergeleitet. Costa. Oh, wieder. Oh, wieder. Was für ein Schuss. Wow. Den würde ich gerne mal in der Wiederholung sehen. Den Schuss. Wie der einfach da. Zack. Wie der Fahrt aufgenommen hat. Geiles Teil. Costa. Robben. Ja, nee. Doch. Es ist wieder. Ah, hier in Robben. Das Kopfballungeheuer. Es schlägt wieder zu. Zum zweiten Mal in der Saison. Ah, hier in Robben mit dem Kopf. Gibt's denn das? Costa mit der Ecke. Robben läuft in der Mitte ein und setzt sich durch. Mit dem Kopfball zum 2 zu 0. Ich meine natürlich zum 1 zu 0. Ich Idiot. Zoller. Bisschen kurz. Tanz da. Modest. Topal. Lahm dazwischen. Oh, da ein Robben. Ein Robben. Ein Robben. Oh, jetzt wenn Müller sich gut einläuft. Scheiß auf Müller. Robben. 1 zu 0 gehen wir in die Pause durch. Besagten Treffer von ein Robben. So, jetzt kann's hier mal weitermachen. Hosinger. Hosinger. So, jetzt kann's hier mal weitermachen. Hosinger. Hosinger. Sörensinn. Alaba. Das ist gut gemacht. Lewandowski wieder. Oh, das Hörensinn schon wieder dazwischen. Lange Ball Richtung Alaba. 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 Goal. Lasso de David Alaba. 2 zu 0. Aber da frage ich mich doch gleich. War der Ball abgefälscht? Denn Horn hat überhaupt nicht reagiert. Die Ecke von Thiago auf Alaba. Zack, da kommt der Schuss. Und Horn reagiert einfach nicht. Oh, das ist aber ganz schön. Ich seh gar nicht, ob der abgefälscht war. Jetzt sieht man's bestimmt. Nein, der Ball war nicht abgefälscht. Der war nicht abgefälscht. Hammerding von David Alaba. Aber da war halt die Sicht für Horn versperrt. Aber es steht 2 zu 0. Durchsinn war 27. David Alaba. Zoller. Risse. Gegen Alaba. Zoller. Ah, Neuer. Boating. Richtung Arjen Robben. Geht ins Aus? Ne. Robben. Und. Oh, ist ein Pass. Müller. Oh. Zu weit vorgelegt mit der Brust. Hosinger. Hosinger. An zwei Leuten vorbei. Jetzt gegen Hummels. Flanke kommt durch. Oh, hat ein Fehlerpfosten neuer rettet. Heiliger Krakaloli. Bitten kurz. Mavrei. Zürinsen. Jetzt gegen Vidal. Vidal. Lewandowski. Lewandowski. Robert. Lewandowski wird schwer. Ich bin mal nach oben. Und Tiago schießt auch. Meine Güte. Warum schießt er nicht? Horn mit dem Abstoß. Alaba. Costa. Ach. Man kommt da an dem nicht vorbei. An Berti Vogt. Boating. Tiago. Müller. Oh. Bitten kurz. Kriegt den Ball da. Und kommt von da vorbei an Müller. Das gibt's ja nicht. Der Typ ist ein. Wie so eine Lava-Lampe, ey. Weißt du? Macht zwar keinen Sinn, aber ist so. Robben. Guckt ihr den an. Wie ein Zementsack. Schleppt er sich ja durch. Robben. Und wieder Timo Horn. Nächster Ecker von Douglas Costa. Wider versucht er den Seitfallzieher. Müller. Ball irgendwie versucht durchzuspringen zu robben. Kommt aber nicht an. Risse. Oh, Anthony Modest. Anthony Modest frei. Aber guckt euch das Tempo von Alaba an. Jetzt gegen Boating. Und Boating, Junge. Zack. Sei mein Nachbar, Junge. Ganz klar. Hammer geschafft. Ecke. Erklärt. Lewandowski. Robben. Und Thiago. Der ist nicht sonderlich schnell, aber vielleicht schafft er es. Nein, er ist nicht stark genug von der Füße her. Langer Ball nach vorne. Der kommt an auf Umwegen, aber ist abseits. Erklärt. Oh. Schade. Lehmann. Trüsse. Letzte Minute läuft. Hummels dazwischen. Und Hummels zu Arjen. Robin. Arjen. Robin abgefälscht. Ecke. Wahrscheinlich die letzte Aktion im Spiel. Thiago mit der Ecke. Lewandowski. Robin. Müller. Thiago. Robin. Lewandowski. Das dürfte gewesen sein. Wir gewinnen 2 zu 0 gegen den 1. FC Köln. Durch zwei schöne Tore. Einmal der Kopfball von Einen Robben und den Hammerschuss von David Alaba. Wunderschön. 2 zu 0 Sieg. So kann man doch eine Episode heute mal beenden. Nicht wahr? Zwei schöne Tore. Das nächste Spiel ist dann DFB-Pokal gegen Darmstadt. 98. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.